Hallo, heute zeige ich euch, wie man eine meiner Lieblingstorten macht, und zwar Schwarzwälder Kirschtorte mit einem leckeren Schoko-Ganache-Trip obendrauf. Zuerst kümmern wir uns um die Ganache und dafür wird Sahne aufgekocht, dann über eure Schokolade gegossen. Das Ganze lasst ihr dann ein paar Minuten stehen und verrührt es dann am besten entweder mit einer Gabel oder einem Schneebesen, bis ihr eine schöne homogene Masse habt. Das stellt ihr dann in den Kühlschrank für ungefähr zwei Stunden und nach den zwei Stunden wird das Ganze dann mit einem Mixer aufgeschlagen. Als nächstes kommt dann der Saft von Amarina Kirschen, beziehungsweise Amarina Kirschen-Saft, in einen Topf zusammen mit Agar-Agar. Das Ganze verrührt ihr dann und lasst es aufkochen und dann lasst ihr das für ungefähr so ein, zwei Minuten kochen und stellt das dann ebenfalls kühl. Während das auskühlt, könnt ihr schon mal den Topfen in eine Schüssel geben. Ich habe hier noch ein bisschen Zitronensaft dazugegeben, weil Amarina Kirschen sehr süß sind und damit das einfach diese Süße nicht zu sehr dominiert. Das Ganze schlagt ihr dann so leicht schaumig und dann kommt noch geschlagene Sahne dazu. Ich habe die nicht ganz steif geschlagen, also ihr seht das eh, es ist mehr so cremig geworden und das hebt ihr dann vorsichtig unter den Topfen unter. Seid dabei wirklich nicht zu wild, weil wir wollen ja nicht zu viel Luft rausschlagen und sobald der Amarina-Saft dann leicht ausgekühlt ist, kann er auch schon zu unserer Mischung hinzukommen und wird ebenfalls untergehoben. Und sobald das dann gut miteinander vermengt ist, könnt ihr das dann nochmal in den Kühlschrank stellen für so ungefähr eine Stunde, damit das schön geliert und die Masse einfach ein bisschen fester wird. Dann können wir auch schon beginnen, die Torte zu füllen und ich habe hier einfach mein Sachertorten-Rezept genommen, das verlinke ich euch in der Infobox und mit Kirschmarmelade bestrichen und das dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt, damit die Marmelade einfach schön aufgesaugt werden kann und ihr nachher einen super saftigen Teig habt. Und danach habe ich die Schokoladen-Ganache in einen Spritzbeutel gegeben und quasi so einen Zaun herumgebildet und da drin habe ich dann die Amarena-Topfen-Sahne-Creme verteilt. Die ist nämlich leichter als die Schokoladen-Ganache und wir wollen ja nicht, dass das Ganze dann am Ende auf der Seite rausquillt und deswegen habe ich eben diesen Ganache-Zaun gemacht. Dann habe ich ein paar Amarena-Kirschen verteilt, damit dieser Geschmack einfach nochmal rauskommt und im Prinzip wiederholt ihr das Ganze dann einfach. Ich hatte insgesamt drei Böden, sprich zweimal eine Füllung und ja, hier seht ihr ja nochmal, wie ich das dann gemacht habe. Diesmal habe ich die Kirschen dann in der Mitte verteilt, damit man später einfach bei jedem Bissen eine Kirsche hat, aber der Geschmack dann trotzdem nicht allzu penetrant ist. Und beim letzten Deckel müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Marmeladenseite dann unten ist, also dass es oben glatt ist und dann kann die Torte auch schon eingestrichen werden und dafür habe ich einfach mehr von der Amarena-Creme genommen und die außenrum verteilt. Das muss auch erstmal gar nicht so genau sein, weil nachher eh noch eine Schicht drüber kommt. Das soll einfach helfen, all die Krümel einzufangen und damit einfach alles schön zusammenhält und wir eine schöne glatte Oberfläche bekommen. Sobald die erste Schicht drauf ist, stellt ihr das am besten für ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann wiederholt ihr das Ganze einfach nochmal und wie ihr seht, wird das Ganze jetzt viel ordentlicher aussehen. Also ich habe das auch einfach zuerst mit einer Teigspachtel wieder so grob verteilt und dann mit so einem Teigschaber, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber jedenfalls quasi so eine riesen Spachtel bin ich so an der Seite entlang gefahren, damit einfach alles schön glatt ist. Und zwischendurch habe ich auch immer ein bisschen abgestrichen von der Creme, damit ihr einfach eben so eine glatte Oberfläche bekommt. Und natürlich muss oben der Deckel auch noch bestrichen werden, das muss aber nicht so genau sein, weil gleich nochmal unsere Schokoglasur drüber kommt. Die Schokoladenglasur ist wieder eine Schokoladen-Ganache, nur habe ich sie eben einfach nicht allzu lang auskühlen lassen, also nur so weit auskühlen, dass sie eure Creme einfach nicht mehr wegschmilzt, aber ich verlinke euch das Rezept auch nochmal in der Infobox. Ich habe das nämlich schon vor zwei oder drei Videos, glaube ich, gezeigt. Und jedenfalls verteile ich die Glasur eben zuerst oben und schaue, dass das alles so halbwegs glatt ist. Und dann mit einem Löffel lässt ihr die Glasur einfach so langsam runterrinnen und je nachdem, wie viel ihr von der Glasur am Löffel habt bzw. wie lange ihr das einfach so an den Rand hält, umso tiefer geht der Drip dann auch. Also ich finde, das sieht immer ganz cool aus, wenn manche so kürzer sind und manche einfach länger. Oben habe ich dann einfach noch so ein paar Schokoraspeln drauf getan und mit der restlichen Amarina-Creme mit Hilfe eines Spritzbeutels einfach so Tupfen gemacht und das Ganze dann noch mit Billigkirschen getoppt. Am besten stellt ihr das dann nochmal für ungefähr 15 Minuten in den Kühlschrank, damit die Glasur nochmal etwas fester werden kann. Und so sieht die Torte dann aus. Hier seht ihr auch, wie die angeschnitten aussieht und ich kann euch nur raten, sie nachzumachen, weil sie wirklich sehr lecker war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen und mich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!